Ja, also ich darf Sie alle herzlich begrüßen heute an der Akademie der Denker, allen voran den Professor Dr. Gerald Hüther. Lieber Gerald, schön, dass du wieder bei uns bist. Wir machen es so, ich stelle dich einfach mal kurz vor, du bist zwar hier bekannt in dem Kreis, aber ich finde, das gehört sich. Also lass mich ein paar einleitende Worte sagen zu dir. Also, Gerald Hüther ist Jahrgang 51 und Neurobiologe, so seine Berufsbezeichnung offiziell und hat vor allem zur experimentellen Hirnforschung viel publiziert, ist auch Autor zahlreicher Schriften, gefragter Redner und man kann auf YouTube einige Videos von ihm finden und das, was du lieber Gerald da so von dir gibst, ist höchst spannend, interessant. Das ist immer mit friedvoller Ausdrucksweise verbunden, was auch dein Publikum immer, sage ich mal, begeistert und auch mitnimmt. Du bist auch Autor und Mitglied im Beirat des Online-Magazins MANOVA, also jemals als Rubicon bekannt, Rubicon in meinem Magazin. Genau, du hast in Leipzig Biologie studiert und auch dort promoviert, das war schon 1976 und seither bist du eben publizistisch auch tätig im Gebiet der experimentellen Hirnforschung bis in die 2000er Jahre hinein. Vielleicht noch ein paar persönliche Sachen, die auch gut zum Thema passend sei mir gestattet zu referieren. Ich habe ein bisschen recherchiert auch und da steht zum Beispiel, dass du Ende der 70er Jahre aus der DDR geflohen bist und hast sogar deinen Reisepass mit Visa-Stempeln versehen selbst gemacht und bist dann mit der Bahn über die damalige Tschechoslowakei Jugoslawien zur deutschen Botschaft nach Belgrad und von dort aus in die Bundesrepublik Deutschland gereist und leider musst du Sohn und Frau zurücklassen und erst nach drei Jahren kam es dann zur Familienzusammenführung. Genau und jetzt komme ich zur Akademie der Denker. Wir haben tatsächlich, wir beide, der Gerald Hüther und ich, die akademischen Gespräche begründet an der Akademie der Denker und zwar war das am 24. Oktober 2022. Ist schon eine Weile her, haben wir bald Zweijähriges und seitdem ist dieses spezielle Format akademische Gespräche auch bei uns an der Akademie der Denker etabliert. Wir genießen dieses spezielle Format und führen es fort seither und so auch heute. Ja, lieber Gerald, wir müssen über den Frieden sprechen oder wir müssen über den Frieden reden, so ist der Titel unserer gesamten Serie. Was gibt es denn da noch zu besprechen? Bevor wir da so tief reingehen, lass mich mal noch zwei Sachen sagen, die vielleicht ein bisschen deutlich machen, dass ich doch ein relativ ungewöhnliches Exemplar von einem Hirnforscher bin. Das eine hattest du erwähnt, ich bin praktisch zweimal sozialisiert worden, bis ich 27 war in dieser damaligen DDR und da ist man dann schon in der Lage, das alles zu durchschauen und weiß auch ungefähr, wie der Hase läuft und dann bin ich hier abgehauen und weiß noch, dass das ungefähr fünf Jahre gedauert hat, bis ich dann wirklich innerlich sagen konnte, jetzt bin ich hier angekommen. Das war die zweite Sozialisation und da habe ich eine Fähigkeit erworben, die ich allen Menschen nur wünschen kann, nämlich, dass sie zumindest mal zwei Kulturen gut genug kennengelernt haben, um zu verstehen, dass man allzu leicht in der Suppe, in der man so groß wird, also schon so ähnlich wie so eine Kesselsuppe und da ist man da als Fleischklößchen drin und wenn man da immer nur da drin schwimmt, dann sieht man auch nichts anderes als diese Suppe. Und mir ist das Glück zuteil geworden, dass ich aus der Suppe rausgesprungen bin und in die andere westliche Suppe gekommen bin und habe dort auch noch mal schwimmen gelernt und habe jetzt diese Fähigkeit, mich sozusagen am Rand der Schüssel empor zu rammen oder empor zu arbeiten und kann dann in beide Suppen reingucken. Das meine ich damit. Das ist was, das ist was, was man nur lernen kann, indem man es wirklich auch in aller Gänze und Tiefe erlebt hat. Und das zweite ist, dass ich eigentlich in meinem Leben immer Situationen gescheut habe und die dann auch vermieden habe, wo ich gemerkt habe, dass die Einschränkungen meiner Gestaltungskraft zu stark werden. Das war der Grund, weshalb ich dort abgehauen bin. Aber das ist auch der Grund, weshalb ich zum Beispiel das Max-Planck-Institut verlassen habe, wo ich über viele Jahre diese experimentelle Hirnforschung betrieben habe, weil es immer enger wurde. Und am Ende war ich ein Spezialist für serotonäge Prä-Synapsen oder irgend sowas. Und dann habe ich gesagt, nee, das wollte ich eigentlich nicht. Und dann gibt es immer so einen inneren Ruf, der einen da manchmal erreicht und der sagt, du, das war nicht das, was du wolltest. Und dann habe ich den Wechsel gemacht, bin in die Uni gegangen, an die Psychiatrische Klinik, habe da eine Forschungsabteilung aufgebaut und auch wieder so ungefähr zehn Jahre dort gearbeitet. Und da kam dann wieder dieser Ruf. Und der hieß diesmal, guck dir doch mal diese ganzen Patienten an, die du hier kennengelernt hast. Und in den Gesprächen hast du doch gemerkt, dass da die meisten von denen niemals in psychiatrische Klinik gekommen wären, wenn mal einer mit ihnen geredet hätte. Und dann heißt die Frage, was suchst du denn im Frontalhirn oder im Striatum nach Veränderungen bei depressiven Erkrankungen, bei Angststörungen, bei Zwangsstörungen und was es noch alles so gibt, wenn du doch genau weißt, dass diese Veränderungen niemals aufgetreten wären, wenn mit dieser betreffenden Person mal irgendwann einer geredet hätte. Also mit Reden meine ich wirklich eine echte Begegnung und das Vermeiden dessen, was die meisten von uns ja alle erlebt haben, dass man oftmals schon in der Kindheit mit seinem Problem alleine gelassen wird. Und dann kommt man eben auf sonderbare Ideen und Vorstellungen, weil irgendeine Lösung muss man ja finden. Und das bringt mich dann zu dieser vielleicht jetzt in meinem in meinem Alter und mit den Erfahrungen, die ich habe, unvermeidlichen Erkenntnis. Und wir haben so ein plastisches und formbares Hirn, da ist nichts festgelegt. Und das ist ja der Grund, weshalb Kinder, wenn man sie irgendwo aufzieht auf dieser Welt, wo Erwachsene überleben können, die Kinder können dann auch dort überleben und lernen alles, was sie dort brauchen. Ob im tropischen Regenwald oder oben bei den Inuit. Das wäre uns beiden dann auch so gegangen. Dann wären wir eben zwei kleine Inuits. Und weil das so ist, dass wir dieses unglaublich formbare und zeitlebens lernfähige Hirn haben, ist es eine sehr angenehme Vorstellung, dass wir uns alle einfach mal darauf besinnen, dass wir offenbar Suchende sind. Wer so ein formbares Ding da oben im Schädel hat, der kann nicht wissen, wie es geht. Das muss er erst unterwegs herausfinden als Suchender. Und das machen wir ja auch alle. Und zu diesem Suchen gehört, dass man sich verirren kann. Und deshalb erleben wir sowohl bei einzelnen Menschen dramatische Verirrungen. Und sonderbarerweise oder zwangsläufig ist es natürlich auch möglich, dass sich eine menschliche Gemeinschaft verirrt. Also eine Familie. Wir kennen alle solche Familien, wo wir sagen, das ist ja unmöglich, was die da machen. Die selber merken das gar nicht. Und Entschuldigung, das ist das, was man immer nicht machen sollte. Die selbst merken das gar nicht. Aber von außen sieht man es schon. Und damit bin ich jetzt beim Ende und dann aber auch bei unserem Thema. Es können sich auch ganze Gesellschaften verirren. Und ich fürchte, dass uns das passiert ist. Ich glaube, das spüren wir alle, dass unsere Gesellschaft sich verirrt hat, dass wir auf einem falschen Weg gekommen sind. Rückt sich eigentlich in den täglichen Meldungen aus, die man wahrnimmt. Aber auch, sage ich mal, im Kleinen wie im Großen. Du hast gerade erwähnt, das finde ich sehr spannend, das will ich gleich mal aufgreifen, dass man Erfahrungen als Geschenk akzeptiert. Auch Erfahrungen, die vielleicht wehtun oder vielleicht gerade die. Ist es so, dass wir diese schlimmen Erfahrungen machen müssen, um uns weiterzuentwickeln? Ist ohne so eine schlimme Erfahrung wie ein Krieg zum Beispiel eigentlich auch Friede gar nicht möglich? Das wäre so mein Einstieg in das Thema. So wie das heute aussieht, in den meisten Fällen scheint es so zu sein, dass wir nicht in der Lage sind, in unserer westlichen Gesellschaft die leidvollen Erfahrungen, die eine Generation gemacht hat, an die nächste Generation weiterzugeben. Und warum gelingt es uns nicht? Was ist da der Punkt? Ich erzähle dir die Geschichte mal meinem Großvater und dann wird dir das klar. Den habe ich geliebt über alles und der mich auch. Und als ich so noch vor der Schule, bevor ich in die Schule gekommen bin, habe ich immer bei dem auf dem Schoß gesessen. Und dann hat er mir das Leidvollste erzählt, was er erlebt hat, nämlich den Ersten Weltkrieg, in dem er da gewesen ist. Und diese Erfahrung aus dem Ersten Weltkrieg. Aus dem Munde eines Großvaters zu hören, der das alles selbst miterlebt hat und der es einem erzählt, damit man versteht, was da passiert ist. Das führt dann dazu, dass das gelingt, was wir transgenerationale Weitergabe von Erfahrungen nennen. Dazu braucht es aber die Bindung und die emotionale Aufladung. Und das geschieht eben nicht, wenn wir unsere Kinder so groß sind, dass die erstens mit der alten Generation gar nichts mehr zu tun haben wollen. Wenn uns dann auch eingeredet wird und wir uns das auch noch selbst einreden, dass die Alten auch sozusagen dann ja einmal schrulliger werden und uns auch nichts mehr zu berichten haben, das ist eine furchtbare Verirrung einer Gesellschaft, weil ohne die Weisheit der Alten und ohne die Erfahrung der Alten und ohne die Gelegenheit, dass die das an die nächste Generation weitergeben, sind wir dazu verdammt, in jeder Generation wieder dieselben blöden Erfahrungen zu machen? Also die Antwort auf deine Frage heißt ja, das ist das Wunderbarste, was wir können, dass wir unsere leidvollen Erfahrungen an unsere Nachkommen weitergeben, aber das geht nur in einer liebevollen und emotional aufgeladenen und zugewandten Beziehung. Das geht nicht in der Schule, das kann man nicht unterrichten, da kann man auch hundertmal die Kinder mit nach Auschwitz nehmen und denen zeigen, was da passiert ist. Das gucken die sich an und dann gehen sie wieder weg. Das muss ein bisschen tiefer rein und das geht wohl nur über die direkte persönliche Beziehung. Und es gibt ja Völker oder Kulturkreise, in denen das dazu gehört, dass die Alten sich mit den Jungen in einen Kreis setzen und aus ihren Erfahrungen berichten. Das ist dort regelrecht ritualisiert. Und die machen das nicht ohne Grund, weil das das Schlimmste ist, was man machen kann, dass man in jeder Generation was Neues macht. Und das, was ich jetzt erleben muss, ist aus meiner Sicht eine Katastrophe. Ich bin damals auf dem Schoß meines Großvaters zu einem friedliebenden Menschen geworden. Mir könntest du eine Knarre in die Hand geben, ich würde die wegwerfen, und ich würde niemals das Gewehr auf einen anderen Menschen richten. Und ich würde mich lieber erschießen lassen. Das wäre mir dann auch egal. Das geht eben nicht. Und jetzt muss ich zugucken, wie wir hier im Westen anfangen, uns auf den nächsten Krieg vorzubehalten. Und ich bin da völlig überfordert. Ich kann nicht verstehen, was da passiert ist. Und ich kann das nur als Ausdruck einer großen Verirrung deuten. Oder es einfach nicht mehr genug Menschen gibt, die noch unmittelbar in einer emotionalen Beziehung diese leidvollen Erfahrungen der Kriegsgeneration mitgeteilt bekommen haben. In unserem Vorgespräch haben wir auch darüber geredet und was du gerade geschildert hast mit der Erfahrung auf dem Schoß deines Großvaters, das kann ich auch bestätigen. Bei mir ist es noch eine Generation drüber. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an meinen Urgroßvater, der oft vom Krieg erzählt hat. Er hat das immer nur der Krieg genannt. Und ich habe das erst später richtig verstanden. Also während er erzählt hat, ging es mir nämlich auch immer so, dass ich ihn ein bisschen als schrullig empfunden habe und mir gedacht habe, jetzt fängt er schon wieder an, davon zu erzählen. Aber es waren immer spannende und sehr erschreckende Tatsachenberichte aus erster Hand. Und er hat vom Ersten Weltkrieg erzählt. Er hat immer die Schlachten vom Taliamento und Isonzo in Italien geschildert, wo die ersten Panzer damals, die nannte er ja Tanks, ja. Und ich habe mir gedacht, was meint er mit seinem Tank? Und habe immer gefragt und dann eben auch erfahren, was er damit meint. Und das waren eben die ersten Sachen, wo er in so einem Tank drin war und zweimal hat es ihn erwischt und er ist noch ganz knapp davon gekommen. Das war für mich so erschreckend. Und wenn du sagst emotional erleben, ich habe das selber emotional gespürt und miterleben dürfen. Ich empfinde es eben heute auch als Geschenk, dass mein Urgroßvater mir das alles brühwarm, schonungslos, direkt in seiner Art als Handwerksmeister, ganz normaler Mensch, Metzgermeister erzählt hat. Und das hat mich damals auch immer so mitgenommen, dass ich manchmal auch nachts nicht schlafen konnte. Das hat dann die Oma gemerkt und den Opa, also sprich ihren Vater dann auch ein bisschen zurechtgewiesen, er soll doch aufhören, dem kleinen Max solche Horrorgeschichten zu erzählen, weil er ihn das so mitnimmt. Aber er hat dann Gott sei Dank, sag ich mal, das nicht aufgehört, sondern weil ich auch immer gefragt habe, wie war es denn wirklich und so weiter davon berichtet. Also da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, diese Transformation oder diese Übertragung von einer zur nächsten oder in dem Fall zur übernächsten Generation hat stattgefunden. Und mir geht es genauso wie dir, Gerald. Also ich könnte mir nie vorstellen, mit einer Knarre jetzt in den Krieg zu ziehen. Und ich glaube, ich würde das genauso handhaben, wie du es gerade ziemlich deutlich geschildert hast. Das funktioniert bei uns beiden nicht. Und ich glaube, bei vielen Menschen nicht, die das Erleben ihrer Altvorderen eben, dass sie dessen Teil haben durften. Also ich sage wirklich jetzt auch durfte, weil es tatsächlich so ist, wie du es eingangs gesagt hast. Das ist ein Geschenk, diese Erfahrung zu bekommen. Es ist auch schwer, das kommt ja ein bisschen bei dir raus. Es ist auch schwer für die Betroffenen, also für diese Kriegsgeneration, die das alles erlebt hat, das mitzuteilen. Das ist kein Kinderspiel. Da musst du wirklich auch sehr einfühlsam vorgehen und das Kind nicht überfallen mit deinen eigenen Traumata, die du da mitgebracht hast. Das ist eines unserer Schwerpunktthemen heute, dass wir auch sagen, wie ist das mit dem Transfer in der Generation her? Und das haben wir im Vorgespräch auch so als eine der möglichen Ursachen, wissen wir es beide nicht genau, aber identifiziert, warum zumindest wir hier kein Verständnis dafür haben und mit Kopf schüttelnd wahrnehmen, was da gerade momentan passiert in Richtung Marsch in den Krieg, in eine Sprache auch, die kriegerisch ist, die man viele bezeichnen auch als Kriegstreiberei geht. Und das ist eigentlich das Thema. Ich kann nur sagen, es waren bei mir meinen Vorfahren noch einige, die auch teilweise sehr traumatisiert zurückkamen aus der Gefangenschaft, was letztendlich dann auch zu Zerwürfnissen in der Familie hat stattfinden lassen, die dann die nächste Generation wieder in Mitleidenschaft und zwar ein ganz schlimmer auch teilweise gezogen hatten. Und mein anderer Großvater, der hat, da war es genau das Gegenteil, der konnte nie drüber reden. Er hat also, wir haben erst posthum genau erfahren, was er für Sachen, für Verantwortung getragen hat in Zeiten des Zweiten Weltkriegs dann. Und einmal hat er sich geäußert, das habe ich zunächst auch nicht richtig verstanden als kleiner Bub. Dann hat er gesagt, ja, machst du mal anders. Und ich habe es zuerst so empfunden, dass er sagt, ja, machst du mal besser. Also so ein bisschen von oben ab, was vielleicht so, dass es bei mir so ankam. Aber es war nicht so gemeint. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass er gesagt hat, es war falsch, was ich getan habe. Und ich wünsche mir, wenn sowas wiederkommt, dass du das besser machst. Also ich glaube, das war ein Auftrag. Also ich empfinde es heute so. Und das sind jetzt zwei Beispiele, wo ich aus meiner Erfahrung sagen kann, ich habe das zunächst bei beiden nicht richtig verstanden und habe erst mehrfach drüber schlafen müssen, habe viele Jahre gebraucht, um auch das zu verstehen. Also was können wir tun, wenn wir älter werden? Was können wir, also vor allem jetzt meine Generation, die ja in Frieden aufgewachsen ist? Und was können wir tun, um unseren Kindern das weiterzugeben? Funktioniert das auch? Oder ich sage provokant als Frage, muss erst wieder ein Krieg kommen, über den man erzählen kann live? Muss das wirklich so passieren? Ja, das ist die Frage, ob es uns gelingt, vielleicht auch mit solchen Veranstaltungen. Deshalb erzählen wir uns ja diese Geschichten, ob es uns gelingt, bei vielen Menschen ein Bewusstsein dafür zu wecken, wie Frieden gelingen kann. Und ich glaube, wenn man, wenn man viele von denen, die da jetzt so locker daherreden, man müsse doch da mal vielleicht am besten selber mal einmarschieren in die Ukraine oder man müsse da unten in Gaza irgendwas mitmachen, die wissen nicht so genau, was die eigentlich sagen und machen sich das auch gar nicht bewusst. Und sie machen sich auch nicht bewusst, dass sie damit andere Leute in eine schwierige Situation bringen, weil man muss dazu ja auch eine Position beziehen. Und das ist natürlich furchtbar leicht zu sagen, der eine hat angegriffen und der muss jetzt dafür bestraft werden. Aber das ist die Kriegsmaschinerie, die dann niemals wieder aufhört. Also und wir kennen es aber nicht anders. Wir kennen eigentlich, also wenn ich es ganz hart formuliere, wissen wir gar nicht, wie Frieden geht. Und das schon seit vielen, vielen Generationen. Also wir kennen uns alle wunderbar aus, wie man streitet, wie man sich durchsetzt, wie man seine Interessen behauptet, wie man den anderen eine auf die Mütze haut und das nicht immer gleich auf dem Schlachtfeld, sondern das wird ja alles ausgetragen. Da braucht man ja nur einmal hier durch die Stadt zu gehen. Das wird ja alles ausgetragen im alltäglichen Zusammenleben. Die Schulhöfe sind Kriegsschauplätze. Die Familien, ich möchte nicht hinter die Gardinen gucken, was da bisweilen los ist. Dieses ganze Gestreite zwischen den Eltern und den Lehrern, wie das da in der Schule zuzugehen hat. Diese unsäglichen gegenseitigen Anschuldigungen der Politiker, die doch eigentlich für uns Vorbilder sein müssten. Überall ist sozusagen eine Rhetorik und der Art des Umgangs miteinander anzutreffen und beherrscht auch das ganze Geschehen, die im Grunde genommen kriegerisch ist. Also es ist gut geeignet für eine Generation und für eine Gesellschaft, die sich auf den Krieg immer wieder vorbereiten musste. Aber wenn wir Frieden wollen, dann müssten wir unsere Kinder lehren, wie Frieden geht und nicht wie man sich auf Kosten von anderen durchsetzt und seine Interessen auf Kosten von anderen behauptet. Und wie Frieden geht, ist nicht unser Ding. Also das können viele gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass mein Großvater gewusst hat, was er hätte machen können, damit Frieden herrscht. Das Einzige, was ihm eingefallen ist, er hat es mir gesagt, dass das so wichtig ist. Das ist ja auch schon immerhin was. Ansonsten fehlt uns als Gesellschaft die Erfahrung der Friedfertigkeit im täglichen Zusammenleben. Und die Kriege sind gewissermaßen immer nur die Spitze des Eisberges, der Vulkan, der oben ausbricht, aber unten drunter qualmt und rummort ist ja schon die ganze Zeit. Warum? Also die zwei Fragen, die sich da anschließen, ist, warum ist das so und was müsste auch Programm sein in der Gesellschaft, gerade wenn du sagst, bei den Kindern, dass wir eine Friedfertigkeit erziehen können? Also erstmal die Ursache, woher kommt das? Also wie ist es denn dazu gekommen, dass wir keine Übung im Frieden haben? Also ich versuche es mal ganz an der Wurzel. Und weil mit diesen ganzen Phänomenen, die unterwegs auftreten, die man alle schön beschreiben kann, kommen wir glaube ich auch nicht mehr so richtig weiter. Das könnte sein, dass wir in der westlichen Gesellschaft so eine Art Kardinalfehler eingebaut haben. Und dieser Kardinalfehler heißt, wir reden uns die ganze Zeit ein, dass es darauf ankommt, einen Zustand, einen anstrebenswerten Zustand zu erreichen. Also das Glück oder den Lotto, also den Reichtum oder den Einfluss und Erfolg und Zielerreichung und das Haus, was wir da bauen wollen und die glückliche Ehe. Und also ständig wird uns von anderen eingeredet und wir selbst auch reden uns das ein und das von Kindesbeinen, dass es darauf ankommt, Zustände zu erreichen. Das ist ein Thema, also das ist eine Überschrift, die haben wir eigentlich so definiert, auch im Vorgespräch als zweiten Kernpunkt, neben dem Thema Generationenübertragung der Erfahrung, eben dieses Jagen nach Zuständen, nach Zielen, die alle her sind, die gut klingen, die in einer Gesellschaft wie heute als erstrebenswert vorgegeben sind. Du sollst erfolgreich sein, sprich erfolgreicher als andere. Und dann erreichst du einen Zustand, der dich glücklich macht. Es funktioniert. Jeder kann es aus seiner Erfahrung sagen. Wenn man ein Ziel jagt, das erreicht hat, dann fällt man wieder in ein Loch und muss sich das nächste Ziel stecken. Das ist das, was eigentlich Programm ist. Also so werden wir programmiert. So bin ich auch programmiert worden und stelle selber fest, dass ich aus dem Programm auch meine Schwierigkeiten habe, da auszusteigen. Über das mit dem Programmieren müssen wir nachher nochmal reden, weil es gibt niemanden, der dich programmiert. Du programmierst dich selbst. Aber du wirst in Bedingungen geworfen und dort aufgezogen, wo dir gar nichts anderes übrig bleibt, als auch genauso zu denken wie die anderen. Das ist schon deine eigene Überzeugung, dass du hier irgendwie ein tolles Haus haben musst und ein tolles Auto und die große Karriere und was noch alles. Das ist deine eigene Überzeugung. Das hast du, das haben dir andere vielleicht vorerzählt und so, aber am Ende hast du es ja selbst geglaubt und machst dich dann auf den Weg versucht, das zu erreichen. Und jetzt kommt es eben mit dem Problem. Also das ist auch so alt wie die Menschheit fast. Also da wollten sie, am Anfang wollten sie, das steht nur im Alten Testament, ins gelobte Land. Also irgendeinen Zustand. Da wollten sie hin. Da haben sie geglaubt, da wäre es endlich besser. Dann wollten sie ins Himmelreich und weiß der Kuckuck, wo sie bei den wollten. Und in der letzten Zeit materialisiert sich sozusagen das etwas mehr. Dann wollen sie alle reich werden, eine Segeljagd haben oder keine Ahnung. Und diese Dinge, die man dann so anstrebt, die sind ja nicht in unbegrenztem Ausmaß vorhanden. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich sehr viel Geld haben will, muss ich das anderen wegnehmen. So und jetzt hast du die Antwort auf diese Frage, woher der Krieg kommt. Ja, ich glaube, die ist damit beantwortet. Jetzt könnte man das anders drehen und könnte sagen, na gucken wir uns das doch mal an, ob das überhaupt passt mit, dass man immer irgendwelche Zustände erreichen will. Und dann stellt man fest, wenn man, ich bin ja Biologe und das Leben, also jedes Lebewesen, was ich so kenne und was du auch kennst, will ja niemals einen Zustand erreichen, sondern das will sich entfalten. Ja, weil Zustand, ja. Und dann hast du nur rauszugucken, das will sich alles entfalten. Das wächst und blüht und vermehrt sich und hat nie ein Ende. Nicht ein Ergebnis, sondern das ist immer ein fortwährender, weitergehender Prozess der Entwicklung. Zustand, die deutsche Sprache ist ja auch, finde ich, genial in ihrer Schärfe, in ihrer Klarheit. Zustand, da steckt das Wort Stand mit Stehen drin und Stillstand, ein Stehenbleiben. Ja, und wenn ein Lebewesen jemals einen Zustand erreicht, ist es tot. Das ist der einzige stabile Zustand, den es gibt. Und davor ist es immer Horizonterweiterung, Wachstum, Erfahrung sammeln, sich entfalten mit diesen Möglichkeiten, die dem jeweiligen Lebewesen zur Verfügung stehen. Und deshalb ist Entfaltung das Grundmerkmal alles Lebendigen. Und wir haben uns eingeredet, dass es nicht um den Prozess der Entfaltung geht, sondern dass es um das Erreichen von Zielen geht. Und das geht nur mit Wettbewerb und mit Konkurrenz und indem man andere wegstößt. Und wenn da einer schon ein Land hat, dann will der andere eben dann auch noch das Land haben. Und wenn das dann kollektiver Wahnsinn wird, der sich da ausbreitet und danach strebt, jetzt seinen eigenen Zustand zu verbessern und noch mehr zu haben, dann wird das alles sehr schwierig. Man strebt den Zustand des Paradieses an, irgendwas Fiktives in der Zukunft, was man erreichen will als Ziel und merkt gar nicht, dass wir eigentlich hier im Paradies auf Erden bereits leben, dass Mutter Natur uns eigentlich alles bereitstellt, um glücklich zu sein. Ja, das kannst du sagen, weil du das vielleicht am eigenen Leib gespürt hast, weil du die Erfahrung gemacht hast. Aber jemand, der hier groß geworden ist, der wird sich nicht mit dem zufrieden geben, dass Mutter Natur schon für ihn sorgt, sondern der will dann was haben. Ein größeres Auto als der Nachbar, die große Ferienreise nach Weisterkuckow hin, dann muss er auch mal auf dem Himalaya gewesen sein. Ich habe keine Ahnung, was die Leute sich alles einreden lassen, aber immer haben sie irgendwas Begehrenswertes, wo sie hinwollen. Und ja, das kann zu nichts anderem führen als zu Unglück. Das ist relativ banal. Das kann ich aus der Kindheit, aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich bin ja auf dem Land aufgewachsen und da war eigentlich der Zustand, sage ich jetzt mal bewusst, des Glücks da, indem ich kein Ziel angestrebt habe. Ich war einfach mal so am Boden gelegen, habe die Wolken beobachtet, wie sie da herziehen und dann ist die Zeit vergangen. So schnell, wie ich es mir gar nicht vorstellen konnte, dann wurde es dunkel und ich musste dann immer, es war das Agreement zu Hause, dass ich bei Dunkelheit zu Hause sein muss und habe eigentlich den Tag so, man kann sagen, mich mit irgendwas, mit Dingen beschäftigt. Ich weiß gar nicht, aber die hatten eben fast keinerlei Zielorientierung. Und im Erwachsenwerden habe ich das eigentlich, man kann sagen, von Jahr zu Jahr verloren. Also es ist mir schon noch ein Teil erhalten geblieben, aber es ist wirklich in unserer Gesellschaft auch damals so gewesen, dass man solche, ja, solche Momente verliert. Und als Erwachsener tut man sich dann schwer, was zu lernen. Das Kind lernt man schneller und leichter. Das wirst du als Biologe, Hirnforscher bestätigen und wahrscheinlich genau erklären können, was das liegt. Ich kann es nur sagen, es ist auch meine, entspricht genau der Erfahrung, die ich habe. Und jetzt ist es halt so, dass es schwierig ist. Also mir geht es heute auch so, dass ich oft ein Ziel erreiche und dann eigentlich nicht glücklich darüber bin und mich über das nicht freuen kann, nicht wirklich von Herzen freuen kann. Also das Hirn erforscht was, macht was, hat einen Erfolg und das Herz freut sich nicht richtig drüber. Also wie kann man das wieder lernen? Also gibt es eine Möglichkeit, das, das sich klar werden zu lassen? Da muss, wir können ja einfach mal zurückgehen in diese Phase, wo wir noch mit großer Begeisterung als kleine Entdecker und Gestalter in der Welt unterwegs waren. Da haben wir spielerisch, das ist eigentlich die Grundform des Lernens, spielerisch ausprobiert, was alles geht. Erst mit dem Körper, dann mit Mama und mit Papa und dann mit den Spielkameraden und dann mit den Gerätschaften. Und das war ein einziger großer Lernprozess. Und wir haben auch ausprobiert, wie das mit dem Mund geht und mit der Zunge, dass man da mal ein Wort rauskriegt und wie man sich aufrichten könnte. Langer Lernprozess mit ständig Versuch und Irrtum und hinfallen, bis man dann endlich auf zwei Beinen steht und laufen kann. Alles macht man selbst, nirgendwo wird man unterrichtet. Man macht das, weil man es will. Das ist getragen durch dieses Grundbedürfnis, mit dem wir alle schon auf die Welt gekommen sind, dass wir, ja, dass wir Gestalter sein wollen unseres Lebens. Und dass wir auch autonom gestalten wollen. Also auch mal zeigen wollen und uns selbst beweisen wollen, was wir drauf haben. Das ist das eine Grundbedürfnis. Das andere Grundbedürfnis ist ja auch schon im Mutterleib entstanden als eine tiefe Erfahrung und das ist die von Verbundenheit. Und deshalb sind wir beide und alle, die uns hier zuhören, sind mit diesen zwei Grundbedürfnissen auf die Welt gekommen. Verbundenheit und dann nennen wir es mal Gestaltungsmöglichkeiten suchen, also Autonomie und später Freiheit. Und jetzt wissen wir, wie schwer das ist, in einer Welt, in der wir leben, mit anderen Menschen so zusammenzuleben, dass die sich beide eng verbunden sind und gleichzeitig jeder frei genug ist. Gibt es nur eine Form, in der das geht, die verdient dann auch den Namen, den sie hat, die heißt Liebe. Und alles andere ist Abhängigkeit oder Unterdrückung oder ist irgendwas Unfriedfertiges. Und deshalb passiert es uns eben zwangsläufig, dass wenn wir unsere Kinder in die Welt hinaus begleiten, dass wir denen unsere Erfahrungen auch weitergeben. Das haben deine Eltern so gemacht und auch mir und meiner Frau ist das nicht hundertprozentig gelungen, diese Erfahrung dann den Kindern zu ersparen. Die Erfahrung heißt nämlich, ich weiß, was gut für dich ist und ich habe eine bestimmte Vorstellung davon, worauf es im Leben ankommt. Also ich weiß, ich habe einen Plan für dich, wo du hin sollst. Also jetzt ganz übertrieben Eiskunstläuferin oder Oberarzt oder was. Also meistens sind das ja so berufliche Dinge und dann ein glücklicher Ehemann und so. Und dann richten die ihr ganzes Augenmerk darauf, dass du das erreichst. Ist ja auch gut gemeint. Das ist aber ihre Vorstellung. Und wenn sie dann feststellen, dass du von ihrer Vorstellung abweichst und das nicht so machst, wie sie sich das vorstellen, sondern du deinem eigenen Bedürfnis nach Gestaltung und Autonomie folgst, dann gibt es dafür Mittel, die sie haben, um dich wieder in die Spur zu bringen. Früher waren das Schläge, heute ist das so, ich nenne es immer gerne Liebesentzug. Das reicht dann schon, der strafende Blick oder die Verweigerung von Belohnungen oder irgend so etwas. Und so merken alle Kinder, dass sie eigentlich, wenn man es jetzt wissenschaftlich ausdrückt, von ihren Eltern, ob die Eltern das nun wollen oder nicht, zum Objekt gemacht werden. Zum Objekt von den elterlichen Vorstellungen, Absichten und Zielen, zum Objekt der elterlichen Belehrungen, der Bewertungen. Am Ende auch noch der Maßnahmen. Und wenn man erleben muss, dass man zum Objekt gemacht wird, dann werden beide Grundbedürfnisse gleichzeitig verletzt. Also dann, wenn jemand an mir rummacht und sagt, dass ich ihm so, wie ich bin, nicht recht bin, dann spüre ich, dass der nicht mit mir verbunden ist, sondern dass der mich benutzt, um seine eigenen Absichten und Ziele zu verwirklichen. Und wenn jemand mir sagt, das hast du so, wie du den Turm gebaut hast, nicht richtig gemacht, du musst ihn so bauen, dann weiß sich, dass ich auch in meiner Freiheit Dinge gestalten zu können, zutiefst verletzt werde, wenn ich zum Objekt dieser Belehrung gemacht werde. Und das ist hirntechnisch das Schlimmste, was passieren kann. Das erzeugt eine so tief reichende Inkohärenz, also ein Durcheinander, dass wahrscheinlich kein Mensch überleben kann. Und als Kind sowieso nicht. Und dann muss man eine Lösung suchen. Und das machen die Kinder gar nicht bewusst. Die Lösung fällt dem Hirn sozusagen von alleine ein. Und dann kennen wir die Lösung. Man guckt sich ja als Kind schon um, wie andere das machen. Und dann macht man es so wie die anderen. Sagt man blöde Mama, macht die also auch zum Objekt, wunderbar. Wenn einer auf dem Sandkasten dann mit dem anderen nicht klarkommt, haut er ihm eine auf die Nuss. So wie das Erwachsene machen, so machen das dann die Kinder auch. Und setzen entweder ihre Interessen durch auf Kosten von anderen, machen also andere wieder zum Objekt. Dann sind wir in der nächsten Generation dieser Strategieumsetzung. Oder aber es gibt auch welche, die das nicht so gut können und die machen sich dann selber zum Objekt. Die sagen, ich bin blöd, ich kann das nicht, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht liebenswert genug. Und dann, das ist eine Art von Selbstverletzung, die richtig tief geht. Und manche kommen da das ganze Leben lang nicht wieder raus aus dieser Lösung. Es ist immer eine Lösung. Es ist erst dieser einmal gefundenen Lösung, dass sie den Schmerz über die Tatsache, dass sie wie ein Objekt behandelt werden, dadurch überwinden, indem sie sich selbst zum Objekt machen. Und wenn dann einer kommt und sagt, du bist aber blöd, dann sagt das Hirn, ja genau, weiß ich doch. Ich bin blöd. Du bist bestätigt. Deshalb ist das eine Lösung. Das ist das, was wir uns ins Hirn bauen. Das ist vielleicht so eine der größten und schönsten Erkenntnisse, zu denen ich da gelangt bin. Das, was im Hirn verankert wird, sind nicht die Probleme, sondern die Lösungen. Und die Lösung, die wir hier seit Generationen für die Konflikte gefunden haben, die wir haben, wenn wir alle so bestimmte Dinge erreichen wollen, das ist Gewalt und Durchsetzung auf Kosten von anderen. Das ist nichts anderes als ein anderes Wort für Krieg. Und das Gegenkonzept ist die Überschrift Liebe. Das ist natürlich auch, manchmal wirkt es ein bisschen abgedroschen, deswegen will ich das nochmal aufgreifen und eine Definition, die du mal in einem deiner Interviews gegeben hast, hier in meinen Worten wiedergeben, die ich sehr klasse fand. Da habe ich dich auch daraufhin angerufen und musste dann mit dir darüber sprechen. Du hast mal gesagt, Liebe ist so, dass du dein Gegenüber auf seinen Entwicklungsweg begleitest, aber ohne Erwartungen, bedingungslos. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass das nicht an Bedingungen und an Erwartungen geknüpft ist. Und das, glaube ich, das ist eine Definition. Liebe kann man eigentlich nicht verwenden, weil der so platt gelatscht ist, dass das keiner mehr weiß, was darunter zu verstehen ist. Ich mache das sehr gerne auch mit Führungskräften und frage sie, ob sie denn nicht ein großes Interesse daran haben müssten, dass sich ihre Mitarbeiter entfalten, dass die verborgenen Talente und Begabungen kompetent sind, dass das alles rauskommt. Und dann sagen die immer ja. Und dann sage ich, aha, dann haben sie also ein richtiges, ernsthaftes Interesse an der Entfaltung ihres Mitarbeiters. Ja, sagt er dann. Und dann sage ich, und das gilt doch sicherlich nicht nur für die drei, vier, fünf Mitarbeiter, die sie so mögen, weil die genauso ihnen nach dem Mund reden, sondern das gilt doch auch für die, die manchmal ein bisschen schwierig sind und nicht so schnell vorreizkommen. Ja, sagt er. Dann sage ich, dann ist das doch ein bedingungsloses Interesse an der Entfaltung ihrer Mitarbeiter. Ja, sagt er. Und dann sage ich, wissen Sie, dass das die Definition von Liebe ist? Und dann sagt er nein. Aber dann habe ich gemerkt, dann kann ich ihn fragen, was ich nicht fragen darf, ist, ob er seine Frau liebt. Weil da kommt er mir und erzählt mir irgendwas. Aber was ich, was ihn sehr schnell nachdenklich macht, ist, wenn ich ihn frage, ob er glaubt, dass seine Frau ihn liebt. Und zwar in diesem Sinne, dass diese Partnerin ein unbedingtes Interesse an seiner Entfaltung hat. und da gibt es so ein Zucken in den Augen, das kennst du auch. Und da weiß man, jetzt habe ich ihn in ein Dilemma gestürzt. Du hast ihn erwischt, kalt erwischt. Ja, ich habe ihm nicht weh getan, ich habe ihn in ein Dilemma mit sich selbst geworfen. Und das ist die beste Art und Weise, wie man anderen Menschen helfen kann, ihre Betrachtungsweisen zu verändern. Nicht indem man auf sie einschlägt, nicht indem man sie zu verändern versucht, sondern indem man sie mit ihrer eigenen Unvereinbarkeit dessen, was sie tun und was sie machen und dem, was sie sein wollen, konfrontiert. Dann kommt er in ein Dilemma und das Dilemma kann wieder kein anderer als er entscheiden, der andere. Und deshalb sind solche Situationen, wo du einen Menschen in so ein Dilemma bringst, immer Wachstumssituationen. Das eine geht nicht, das andere geht auch nicht und dann muss er irgendwie hoch. Muss er eine Position finden, wo das von oben anders aussieht. Und diese Position da oben heißt, ja, warum soll ich das nicht zugeben? Wenn das so ist, dass Liebe das unbedingte Interesse an der Entfaltung meiner Mitarbeiter ist, dann sage ich es eben so. Liebe Mitarbeiter, ich weiß, dass ihr das nicht versteht, was ich da sage, aber mein Geschenk für euch ist meine Liebe. Das ist schön. Dann hat man ein interessantes Betriebsklinik. Also ich kann das bestätigen, aber es ist natürlich so, ich war lange auch jetzt Geschäftsführer in einem mittelständischen Betrieb in der Automobilindustrie und ich glaube schon, dass wir da vieles richtig gemacht haben, aber weißt du, an was das auch oft scheitert? Das sind gar nicht die Chefs oder die in leitenden Funktionen sind, die verstehen das sehr wohl. Aber es ist oftmals so, dass die eigenen Mitarbeiter damit nicht umgehen können. Und zwar, dass sie mit dieser Art und Weise des Vorgehens nichts anfangen können, weil sie das nicht mehr gewohnt sind. Das heißt, die haben das wie auch immer sich abtrainiert und wollen eigentlich Lösungen vorgegeben. Oder zumindest ein Vorleben von Lösungen. Und dieses Reinwerfen in einen Konflikt oder in ein Dilemma, wie du es gerade ausgedrückt hast, das finden die als höchst unangenehm. Das ist genau dieser Punkt, den ich auch in den letzten Jahren festgestellt habe, dass viele, gerade in der jüngeren Generation, damit nicht mehr umgehen können. Dass sie sagen, okay, ich kriege jetzt die Freiheit, mein Dilemma selbst zu durchdenken, zu durchleben und selbst souverän eine autonome Entscheidung zu treffen, einen Weg für mich persönlich individuell zu finden, da rauszukommen. Das wäre wünschenswert, aber meine Beobachtung ist, dass das oft nicht stattfindet, sondern dass gerade in Situationen, wo man in ein Dilemma gerät, so unter Druck und Stress gerät, dass man sagt, okay, und jetzt brauche ich jemanden mit Autorität und die schreien dann ganz laut nach dieser Autorität. So habe ich es auch in meiner Firma erlebt. Und wer soll die geben? Ja, das soll der Chef geben. In dem Fall halt ich. Ja, ich sollte das quasi denen vorgeben. Und ich habe mich dessen immer wieder mal verweigert. Also das hat schon bei manchen funktioniert. Die sind dann auch in der Firma geblieben, haben sich entfaltet. Also ich glaube, ich hatte wirklich in meinem Ingenieurbüro die schrägsten Vögel, die man sich nur vorstellen kann. Aber das waren wirklich Leute, die im wahrsten Sinne im besten Worte Querdenker waren, die wirklich auch mal über den Tellerrand blicken konnten. Und das war eigentlich das Erfolgsgeheimnis. Da haben wir auch letztendlich viel, viel gewonnen dadurch, jetzt auch monetär. Also Aufträge und Gehälter, die bezahlt wurden, wo Familien ernährt werden konnten davon durch diese Art und Weise. Aber ich würde jetzt mal behaupten, vier Fünftel konnten damit nichts anfangen. Also und ein Fünftel hat da sehr gut was damit anfangen können. Und die sind dann auch längerfristig geblieben. Also das Rezept geht schon auf, aber es ist meiner Erfahrung nach nicht bei jedem möglich. Das mag stimmen, aber das kann ja nicht heißen, dass es auch richtig ist. Ja. Also die Erfahrung ist sicherlich zutreffend, aber dass es nicht möglich sei, dass ein Mensch sich auch noch mal ändert, halte ich für ein Gerücht. Und was man natürlich aber braucht, damit man überhaupt mit dem anderen in so einen Prozess kommt, ist erstens, dass du aufhören musst, den ändern zu wollen. Das ist vielleicht das größte Übel, was wir alle haben. Wenn wir den anderen ändern wollen, dann machen wir ihn zum Objekt unserer Änderungsabsichten. Das kann nicht funktionieren. Da hat er genügend Mittel und Wege gefunden in seinem Leben, oftmals schon als Kind, um sich dem zu verweigern. Also hören wir bitte alle auf, jemanden verändern zu wollen und finden wir uns damit ab, dass der Einzige, der sich verändern kann, eben diese andere Person ist. So, und jetzt hat diese andere Person im Laufe ihres Lebens, das haben wir ja vorhin besprochen, immer wieder erleben müssen, dass sie was gestalten wollte. Und dann sind welche gekommen und haben gesagt, nee, so muss ich es machen. Und dann haben sie für sich, und das kann man ja nur aushalten, also wenn ich jetzt so einen Gestaltungstrang habe, will unbedingt was bauen und dann kommen dauernd welche, in der Schule ist das ja dann über zehn Jahre ständig so, dass ich immer das machen soll, was andere mir sagen, das kann ich nur aushalten, indem ich möglichst effizient meinen eigenen Gestaltungswillen unterdrücke. Dann ist er weg. Dann kann der andere mir sagen, mach das so, und dann mache ich es so. Ich frage nicht mehr, es regt sich auch immer nichts mehr. Und die Mitarbeiter, die du da beschreibst, diese vier von fünfen, das sind welche, die sind unter ungünstigen Bedingungen, die sie leider vorgefunden hatten, dazu gebracht worden, ihren eigenen Gestaltungsdrang zu unterdrücken. Und das passiert immer dann, wenn jemand anders kommt und sich sozusagen an die Spitze stellt und vorgibt, was zu tun ist. Und das ist in diesen hierarchischen Ordnungsstrukturen ja immer der Fall, da ist immer einer da, der oben sitzt und sagt, was die unten zu machen haben. Und damit ist eine Situation, wo der Mitarbeiter oder derjenige, der dann zum Objekt dieser Anordnung gemacht wird, eigentlich gar nicht mehr anders kann, als seine eigenen Gestaltungsabsichten zu unterdrücken. Und das geht nicht so gut nur in Bezug auf dieses. Dann könnte man sagen, okay, ich will im Betrieb nichts mehr gestalten, aber zu Hause im Garten. Manche kriegen das noch eine Zeit lang hin und holen sich da sozusagen ihren Ersatzbereich, in dem sie sein können, wie sie sind. Aber die meisten kriegen das nicht hin und verlieren überhaupt die Lust an Gestalten. Die ist so weit unterdrückt, dass sie weg ist. Und jede Vorgabe einer Regierung oder einer Führungskraft, die den Mitarbeitern die Verantwortung für die Gestaltung des eigenen Lebens oder bestimmter Prozesse abnimmt, indem sie vorschreibt, wie es zu machen ist, führt dazu, dass immer mehr Menschen diese Verantwortung für sich selbst und diese eigene Gestaltungskraft unterdrücken. Und dann sind sie so, wie du sie beschreibst. Aber die sind dazu gemacht worden. Das ist der Punkt. Da will ich hin. Aber du sagst auch ganz klar, die Leute, die so reingerutscht sind oder halt so sozialisiert sind, dass sie so drauf sind, da ist nicht Hopf und Malz verloren, sondern wenn die an welcher Stelle auch immer wieder einen richtigen Impuls kriegen und plötzlich Freude und Spaß empfinden an der Freiheit, an der Ermächtigung des Selbst, an der Autonomie, an dem Erfolg, den sie sich selber generieren haben und dass das wieder reaktivierbar ist. Also da macht Hoffnung. Das ist ja das, was wir vorhin gesagt haben, du kommst ja mit der ganzen Entdeckerfreude und Gestaltungslust auf die Welt. Das heißt, das sitzt hier und technisch ganz unten. Also ganz im Kern. Und deine Vorstellung, dass du nichts gestalten kannst und dass das alles Mist ist und du deshalb aufhörst, überhaupt noch was gestalten zu wollen und das im Hirn als Haltung verankerst, das ist darüber gebaut. Das bestimmt jetzt dein Denken, Fühlen und Handeln, aber es ist später erst drüber gebaut über das andere, was noch deine ganze Begeisterung und Gestaltungslust und deine Freude am Lernen noch zum Ausdruck gebracht hat. Und weil das oben drüber gelegt ist, ist es möglich, dass man dieses, betrachten wir es mal so, wie so ein Betonmantel, der da sozusagen über deine wahre Gestaltungslust drüber geht. Es ist quasi verdeckt und vielleicht kann man es auch wieder entdecken. Und dann geht es darum, dass du wieder Zugang bekommst zu dieser Gestaltungsfreude. Und da kommt jetzt der Punkt, das geht nicht, indem ich dem anderen sage, jetzt gestalte doch mal was, sondern das heißt, ich muss verzichten, ihn ändern zu wollen, aber ich kann ihn einladen, ermutigen, vielleicht sogar inspirieren, dass er noch mal was ausprobiert. Um zu sehen, ob es nicht auch anders geht. Und das ist die wahre Kunst. Also einladen, ermutigen und inspirieren. Könnte dazu führen, dass der andere noch mal einen Blick öffnet, dass der noch mal was Neues ausprobiert, dass der eine neue Erfahrung macht und dann kriegt der wieder Zugang. Weil das ist ja dann eine Erfahrung wie damals, als er fünf war. Und dann kriegt der wieder Zugang zu dieser Entdeckerfreude und meistens ist das so ein beglückendes Gefühl, dass die das nicht wieder loslassen. Und dann durchbrechen die diesen Panzer, den die Psychologen nennen, das Ich-Konstrukt, was er sich da drüber gebaut hat. Und dann kann das manchmal unglaublich spannend werden, weil dann, der war ja die ganze Zeit verwickelt in seine eigene Verpanzerung, oder wie du das jetzt immer nennen willst. Der war die ganze Zeit verwickelt und jetzt hilfst du ihm durch eine neue Erfahrung sozusagen aus dieser Verwicklung, aus diesen festen Vorstellungen, die wie Fesseln ihn beherrschen, da hilfst du ihm jetzt durch die neue Erfahrung, diese festen Vorstellungen in Frage zu stellen und die zu öffnen. Und dann öffnet sich das und dann, wenn das mehrmals passiert, ist das dann so beglückend, da werden dann im Hirn auch diese wunderbaren Botenstoffe ausgeschüttet, die so die Hirnforscher da immer als Glückshormone bezeichnen. Aber wichtig ist, dass das plötzlich eine Lösung wird, dass er wieder Zugang zu sich selbst findet und dann ist es passiert, dann hat er sich verwandelt. Und oftmals ist es so, dass die Menschen, die mit so einer kleinen Hilfestellung durch eine Führungskraft plötzlich die Augen wieder aufkriegen und ihre alte Freude am Entdecken und Gestalten wiederfinden, dass die dafür so dankbar sind, dass du wahrscheinlich den treuesten und anhänglichsten Mitarbeiter hast, der dir jemals untergekommen ist. Weil das hatte er schon selbst nicht mehr geglaubt, dass ihm das nochmal im Leben passiert. Ja, und das sind dann die Momente, wo man sich selber wahnsinnig drüber freuen kann. Das habe ich auch oft erlebt. Genau, das wäre der Weg. Wir können das ja auch alles für diese Problematik dann auch durchdeklinieren, wo wir sagen, es geht nicht nur um die Gestaltung, es geht auch um die Friedfertigkeit und die Art und Weise, wie man Konflikte löst. Wenn man einmal so ein Hassprediger geworden ist, der ständig Zwietracht sät, dann ist das eine Haltung, damit hat sich die betreffende Person meistens selbst identifiziert, die findet das total richtig und dann braucht sie auch nur in der Geschichte zurückzugehen. Das war schon immer so. So einer bin ich jetzt auch. Und dann rechtfertigt er das, der identifiziert sich damit und hat überhaupt keinen Grund, da loszulassen. Und deshalb müsstest du ihn jetzt einladen, ermutigen und inspirieren, eine Erfahrung zu machen, die er nur in einem friedlichen, zugewandten Miteinander machen kann. Und wenn er die Erfahrung macht, bringt es ihn durcheinander. Dann ist er in diesem Dilemma. Dann sagt er, wow, also da gibt es etwas, was ganz toll sich anfühlt, wenn ich mit meiner Frau plötzlich so glücklich bin, weil wir uns so gut verstehen und sie wirklich, ich merke richtig, wie die ein Interesse an meiner Entfaltung hat. Und im nächsten Moment kommt wieder der, das darüber Gebaute Verwickelte und will ihn dazu bringen, dass er seiner Frau schon wieder sagt, sie möchte jetzt endlich die Zahnpasta zuschrauben, weil es ginge ihm auf den Senkel. So und dann hat man plötzlich eine Situation, wo der das für sich lösen muss und das lösen die Menschen eigentlich normalerweise immer so, dass eine Situation entsteht, in der sie glücklicher sind. Also wo es auch leichter ist. Und dieses ganze Gekämpfe mit anderen ist furchtbar schwer. Das führt ja von einer Belastung in die nächste und von einem Problem zum nächsten, währenddessen Friedfertigkeit als Haltung, ja, ist ja ganz leicht. Da fällt dir alles zu. Da hast du was zu verschenken. Da musst du nicht ständig irgendwie andere anbetteln, dass sie dir was geben. Du musst auch nicht ständig deren Aufmerksamkeit und deren Respekt und deren was weiß ich was einfordern, sondern du bist kein Bedürftiger mehr, weil du deine Bedürfnisse jetzt stillen kannst und weil du dich wiedergefunden hast. und deshalb geht es eigentlich nur mit Einladen und da wollte ich jetzt eigentlich hin und Einladen kannst du aber diesen bescheuerten Mitarbeiter, der dir da da und in der Quere steht, nur dann, wenn du ihn magst. Das sage ich jetzt mal so richtig laut, weil das gilt ja für alle. Das gilt für Lehrer und ihre Schüler, das gilt für Eltern und ihre Kinder, das gilt auch für Eltern und deren Eltern, für Nachbarn, die einem auf den Senkel gehen, für Mitarbeiter, die einem stören. Wenn du wirklich möchtest, dass der sich ändert, kannst du ihn einladen, aber du wirst ihn nur einladen können, wenn du ihn magst. Sonst geht es nicht. Du kannst niemanden einladen, der dir wurscht ist. Du musst ihn mögen. Also du musst ein Interesse daran haben, dass er sich entfalten möge, dass er aus seiner engen Perspektive rausfindet. Und vielleicht ist das die richtige Antwort auf die Frage, warum wir so eine kriegerische, und auch von Machtkämpfen durchtränkte Lebenswelt uns geschaffen haben. Nicht nur auf den Schlachtfeldern, sondern eben überall in unserem täglichen, alltäglichen Zusammenleben. Schlammschlachten überall. In den Medien. Überall. Da braucht man sich nicht, was soll so eine Gesellschaft anders machen, als am Ende mal wieder einen richtigen Krieg. Ich hatte mal so ein nettes Interview gehört, das war ein Literaturwissenschaftler, und der wurde von einer Journalistin gefragt, und was halten Sie vom Gendern? Und dann sagte der, was soll ich denn vom Gendern halten? Also wir hatten schließlich seit 80 Jahren keinen Krieg mehr. Da war die vollkommen, weil die so, was soll denn das jetzt heißen? Er sagte, ja, die Menschen können nichts anderes als Krieg, und wenn kein richtiger Krieg mehr ist, dann erfinden sie irgendwas, worüber sie sich streiten können. Und da war es aus, das Gespräch. Das fand ich die intelligenteste Antwort auf diese ganze Problematik, die wir jetzt hinterlassen haben. Das ist auch voll unser Thema hier an der Akademie der Denker. Wir müssen über den Frieden reden. Ich bin davon überzeugt, dass auch die Akademie der Denker genau so eine Plattform bietet, ein Angebot macht. Und wir haben ja in unserer Mission drin, wir wollen die Menschen vom eigenständigen Denken inspirieren. Also wir verlangen nicht, ihr müsst eigenständig denken, oder denkt doch jetzt mal nach, oder sowas, sondern die Inspiration wieder da sein, die Freude daran haben, wenn man Erfahrungen sammelt, die Offenheit vielleicht auch neue Erfahrungen zu bekommen. Also die Möglichkeiten gibt es hier, aber, und das ist genau, was du auch ausdrückst, Gerald, so kommt es bei mir jedenfalls 100 Prozent an, dass das jedem selber auferlegt ist, das zu tun und nicht auferlegt werden kann von jemandem anders. Das muss jeder selber entscheiden. Der muss wieder in diese Lust, in den Spaß reinzukommen, eine Erkenntnis zu kriegen und auf dem Weg der Wahrheitssuche, wo es keine Wahrheit gibt oder Wahrheit ein relatives Feld ist, wie einer unserer Mitdozenten das auch immer ausdrückt, kommt man zu einer individuellen Erkenntnis draus. Und wenn man daran Freude entwickeln kann, dann ist man, glaube ich, wieder auf einem friedvollen Weg. Ja, wenn ich das richtig verstehe, ist die Akademie der Denker ja im Grunde genommen ein Frame, also das ist ein Erfahrungsraum, den ihr geschaffen habt und zur Verfügung stellt und wohin ihr die Menschen einladet. Dann können die das nutzen und diejenigen, die reingehen, nutzen es ja dann auch und diejenigen, die da keine Lust drauf haben, die sollen bleiben, wo der Pfeffer wächst. Das kann einem dann auch egal sein. Ich kann nicht mehr machen, als jemand einladen, wenn der dann findet, dass das doof ist. Dann ist das auch das falsche Angebot für ihn. Ja, diejenigen, die diese Einladung wahrnehmen, finden es gar nicht doof. Das ist zumindest das, was ich wahrnehme als Rückmeldung. Aber es zu schaffen, dass diese Einladung von ein bisschen mehr Leuten auch angenommen wird, ist wirklich schwierig. Ja, aber damit müssen wir leben. Ja, das ist das, was ich gelernt habe in den letzten Jahren. Der Anteil von Menschen, mit denen man konstruktiv zusammenarbeiten kann, die also ein wirkliches Interesse an der Entfaltung des anderen haben, der ist leider verschwindend gering. Ja, vielleicht können wir durch so ein Gespräch und hier auch mit unserer gesamten Gesprächsreihe auch dazu beitragen, dass Menschen wieder neugierig werden, dass sie sagen, okay, jetzt höre ich mir das mal an und bin da mal offen und werde da jetzt wohl Erfahrungen sammeln, wo ich das Ergebnis nicht vorher kenne, wo ich nicht einen Zustand anstrebe, um diese Worte von dir aufzugreifen, sondern einfach mal mich mit Dingen beschäftige und schaue, was passiert und was da an Gefühlen auch dabei aufkommt und wie ich mit denen dann umgehe persönlich. Da haben wir so eine gute Dreiviertelstunde gesprochen miteinander und die Agenda abgehakt ein bisschen. Also wir hatten ja auch ein kleines Vorgespräch dazu. Vielen Dank nochmal an der Stelle für das Zwiegespräch und ich würde jetzt ganz einfach die Aufnahme auch stoppen und eben den Fragenreigen eröffnen. Lass es doch weiterlaufen, du kannst es ja dann weggeschneiden, also wenn niemand was dagegen hat. Manchmal sind diese Gespräche der eigentlich interessant ist. Das denke ich mir auch oft. Oftmals tut es mir dann im Nachgang leid, dann auf den Knopf, auf den Ausknopf gedrückt zu haben, aber ich kann natürlich auch total verstehen, dass ein Mensch nicht ein Freund hat. Der Franz hat sich gemeldet. Ja, ich mache mal wieder den Anfang. Sehr gerne, Franz. Ja, Herr Hüther, vielen Dank für den sehr inspirierenden Vortrag. In vielen Teilen kann ich Ihnen und Ihren Ausführungen gerade zum Thema Friedfertigkeit, zum Thema ermutigen, Inspiration sehr gut folgen. Ich war Manager bei Audi. Ich habe viele Menschen begleiten dürfen in ihrer persönlichen Entwicklung von meiner Art und Weise zu führen. Da haben Sie mir viele Dinge aus dem Herzen genommen. Gleichwohl habe ich aber aus Ihrem Vortrag doch so ein gewisses, ja, nicht Unbehagen, aber Unverständnis, weil es aus meiner Sicht so ist, ich habe nicht so viele negative Erfahrungen gemacht mit den Mitmenschen, wie Sie sie geschildert haben. Also mein Erleben ist positiv positiv mit vielen Mitmenschen. Gleichwohl weiß ich, dass nicht jeder Mensch die gleiche Inspiration oder Mut oder Motivation aufbringt, wirklich gestalten wollen in seinem Leben. Das muss man lernen. Das ist eine harte Schule, da bin ich völlig bei Ihnen. Was ich aber zum Thema... Das habe ich gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, man ist ein Gestalter und kommt als Gestalter auf die Welt, jeder. Was man braucht ist, oder was man gar nicht gebrauchen kann, ist, dass man vorgeschrieben kriegt, was man gestalten soll, weil dann bleibt einem nichts anderes übrig, als seine eigene Gestaltung zu unterdrücken, solange bis sie weg ist. Ja, okay. Also sagen wir mal so, die Menschen haben dann möglicherweise über ihren Sozialisierungsprozess verlernt, selbst zum Gestalter zu werden. Aber was ich momentan in der Gesellschaft erlebe, dieses Thema zum Thema Krieg, da sehe ich das eher so, dass der Mensch als soziales Wesen unter einem gewaltigen Anpassungs- und Sozialisierungsdruck aus einem Umfeld steckt. Angetrieben von Ansagen, die einen Bruchteil der Gesellschaft macht. Fortgepflanzt über die Medien, dann ausgebreitet in die Gesellschaft hinein. Und ich erlebe, dass es nur wenige Menschen gibt oder weniger als die Mehrheit, die diese Resilienz aufbringen, sich diesen Gedanken entgegenzustellen. Die meisten haben doch irgendwo aus dem Sozialisierungs- und Anpassungsdruck heraus die Flinte ins Korn geworfen, sich dagegenzustellen, was wieder der Vernunft ist. Und die spielen da einfach irgendwie mit. Deswegen kriege ich die Enden jetzt momentan für mich im Kopf nicht ganz zusammen. Also bei dem gehörten heute aus dem Vortrag viel Übereinstimmung, aber das erklärt für mich nicht dieses Phänomen, vor dem wir momentan stehen. Es fühlt sich ja so an, als wäre die Gesellschaft diejenige, die diese Kriegswilligkeit mitbringt. Das sehe ich nicht so. Ich sage, das sind wenige Menschen, die die anderen in diese Kriegslüsternheit hineintreiben. Und wir haben zu wenig Resilienz im Sinne von kritischem Denken, dass man sich da dagegen stellt. Ja, auf Bayerisch heißt das, glaube ich, zu wenig Arsch in der Hose. Ja. Und das ist dann eine Frage, der muss man jetzt nicht unbedingt Resilienz nennen, aber das ist ja eine Frage, wie oft ich in meinem Leben diese Gelegenheit genutzt habe. Und wenn alle anderen rechts lang gegangen sind, bin ich links lang gegangen. Wenn alle anderen losgerast sind, bin ich stehen geblieben. Das nennt man auf Deutsch Eigensinn. Eigensinnige Menschen sind das Unbequemste, was eine Massengesellschaft brauchen kann. Und deshalb wird, ob das nun die, wer immer das dann will, aber zwangsläufig muss eine Gesellschaft von lauter Mitläufern dafür sorgen, dass keine Eigensinnigen mehr dabei sind, weil die rennen, die stören das gemeinsame Rennen. Und deshalb werden die alle bekämpft, diese Eigensinnigen mit ihren anderen Vorstellungen. Und das wird jetzt heute, da wird es richtig gefährlich, das wird jetzt heute, also früher hat man die, gab eine Zeit, da hat man sie verbrannt und dann hat man sie eingesperrt und weggesperrt und heute werden sie mir moralisch diskreditiert. Ich habe recht, ich bin auf der richtigen Seite und du bist hier einer, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat und eine Vorstellung hat, die überhaupt nicht moralisch und ethisch und was weiß ich was wert besitzt. und dann muss man sich fragen, warum sich das so viele Leute gefallen lassen und dann mittun oder das Maul halten und nichts dagegen unternehmen und die Antwort kann ich ihnen sagen. Die haben alle Angst. Die wollen alle dazugehören. Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist stärker als der innere Ruf nach Selbstbestimmung. Das kann ich sehr gut mitgehen. Und Zugehörigkeit in diesem Sinne, dass man bereit ist, das alles zu tun, nur damit die anderen nicht an einem rummeckern und dass sie einen auch wertschätzen und was man da so alles sagt. So ein dringendes Bedürfnis nach Zugehörigkeit hat nur jemand, der ein schwacher Mensch ist. Also der leider, naja, der verunsichert ist, der ein bisschen ängstlich ist, der sich in der Welt nicht so richtig zurechtfindet, der nicht genug Kompetenzen besitzt, der nicht genug gelesen hat, der nicht genug gebildet ist, wo es sozusagen an allen Ecken und Enden fehlt, beginnt die, wenn man es hart sagt, die Lebensuntüchtigkeit oder aber beginnt die Unfähigkeit, mit der Unsicherheit des Lebens umzugehen. Diese Vorstellung, man könnte alles kontrollieren, ist ja der Wahnsinn. Das kann ja nur ein völliger Idiot behaupten und an sowas kann ja nur einer glauben, der vom Leben gar nichts versteht. Das Kennzeichen von Leben ist Unkontrollierbarkeit, ist Unsicherheit, ist immer wieder was Neues. Und das ist das, wovon wir leben. Wenn wir alles im Griff hätten, würden wir völlig verblöden. Wir brauchen immer wieder dieses, dass es schon wieder nicht mehr passt und dass es schon wieder anders ist. Ohne Eigenbrötler und eigensinnige Leute ist eine Gesellschaft verloren. Das wird einen Haufen von lauter Mitläufern. Und da sind wir jetzt im Augenblick, gebe ich Ihnen recht, sehr dabei und bringen dann nichts anderes mehr fertig, als diejenigen zu diffamieren, die uns nicht passen und dann entsteht eine Polarisierung und die brüllen sich dann alle nur noch gegenseitig an. Die einen sagen dann, ihr linken Schweine und die anderen sagen, ihr rechten Extremisten. Dann kann ich sagen, wenn das dann der Kommunikationsstil einer Gesellschaft geworden ist, dann ist sie auch am Ende. Das ist ein Zeichen, dass es hier nicht mehr richtig weitergeht. Und dann wäre die Frage, wie kann man das wieder zusammenbringen? Und da gibt es auch in der Geschichte genügend Beispiele. Krieg, also ein gemeinsames Ding, was man jetzt macht. Eine große Katastrophe, wenn wir jetzt hier plötzlich einen Vulkanausbruch hätten, würden sie wieder alle zusammenhalten. Wenn wir einen Krieg machen, halten sie auch wieder alle zusammen. Und viel mehr fällt uns dann schon nicht mehr ein. Was könnte denn, was müsste in einer Gesellschaft passieren, dass die Menschen merken, dass sie doch eigentlich alle das Gleiche wollen? Dass das doch totaler Blödsinn ist, hier ständig den anderen zu diffamieren und den sozusagen zum Objekt seiner eigenen Absichten und Belehrungen und sonst was zu machen. Und dann stellen wir fest, wir wissen nicht, was wir als Menschen auf diesem Planeten eigentlich gemeinsam wollen. Das ist die Sinnfrage. Und die ist richtig gut. Und die tut richtig weh. Und da muss man wieder fragen, wie kann denn das passieren, dass eine Gesellschaft solche Fragen nicht mehr stellt nach dem Sinn ihres Zusammenlebens, ihres Aaseins, warum sie Kinder kriegt und so. Das muss doch alles beantwortet werden. Und die Antwort heißt, mit Menschen, die gewissermaßen sich selbst befragt haben, wofür sie leben wollen und darauf eine Antwort gefunden haben, kann man in einem Wirtschaftssystem, was auf Konsum aufgebaut ist, nichts anfangen. Du brauchst ja verführbare Leute, die nicht wissen, worum es geht, damit du denen alles aufschwarzen kannst. Und wenn einer weiß, was ihm im Leben wichtig ist, dann kümmert er sich darum, und wenn es die Briefmarkensammlung ist, aber den kriegst du nicht von seiner Briefmarkensammlung weg und dem kannst du auch nicht versprechen, er bräuchte zu seinem Lebensglück nun auch noch ein tolles Auto. Dann lacht er dich aus. Also Menschen, die gefunden haben, wofür sie leben wollen, sind nicht mehr verführbar. Das ist, glaube ich, sehr gut. Es tut alles ein bisschen weh, wenn man das so zu dir denkt, aber es nützt ja nichts. Aber das führt uns genau in das Deliber, das wir brauchen, die klare Aussage. Wir haben noch zwei weitere Wortmeldungen. Ich achte ein bisschen auf die Zeit. Wir haben noch Zeit. Danke. Also im Gegensatz zum Franz, der mit so einem Fragezeichen jetzt gerade aus diesem Interview rausgegangen ist, ist bei mir jetzt genau das Gegenteil passiert. Bei mir hat sich jetzt gerade wieder eine Lücke geschlossen. Denn ich musste jetzt unmittelbar denken an unseren Mitdozenten, den Professor Franz Ruppert, den Psychologen, wahrscheinlich ja auch Ihnen bekannt. Und wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ist es ja so, dass ein friedliches Miteinander ja nur funktionieren kann, wenn wir zur Liebe, also sprich zu unbedingten Interesse der Entwicklung des Anderen fähig sind. Jetzt sagt ein Franz Ruppert, ja, aber zur Liebe bin ich nur fähig, wenn ich mich von meinem Trauma gelöst habe. Und er geht davon aus, dass wir ja in unserer heutigen zivilisierten, sogenannten zivilisierten westlichen Welt nahezu alle traumatisiert ist, was ja in Anbetracht von zwei Weltkriegen auch kein Wunder ist, weil diese Traumen ja auch von Generation zu Generation weitergegeben werden. Sprich, wenn wir zur Liebe nicht fähig sind, sind wir auch zum Frieden nicht fähig. Und daher meine Frage, wie beurteilen Sie jetzt den Zeitraum? Wie viele Generationen wird es dauern, bis wir wieder zur Liebe und zum Frieden fähig sind? Der Franz Ruppert ist ja Psychologe und Therapeut und deshalb kann der das viel leichter alles einbinden in das Konzept der Traumatisierung. Ich mache das nicht. Ich vermeide auch diesen Begriff, weil ich aus einer Schule komme, wo man unter Trauma und Traumatisierung und der daraus sich herausbildenden posttraumatischen Belastungsstörung etwas sehr Umschriebenes, das das verstanden hat. Und das hieß, da geht es wirklich um Leib und Leben und es ist eine Situation, die man mit nichts und allem, also wo man völlig hilflos ist. Und dann wird es traumatisch. Das ist ja für die meisten Menschen nicht der Fall, dass es vollkommen in die Hilflosigkeit geführt hat, sondern was sie erlebt haben, ist, dass sie zu Objekten gemacht werden. Und dafür müssen sie, das kann man jetzt auch Trauma nennen, habe ich ja vorhin auch gesagt, das ist schon ziemlich heftig, was da im Hirn durcheinander kommt. Und dafür müssen sie eine Lösung finden. Und die Lösung, haben wir gesagt, besteht darin, dass sie ihre wahrhaftigen Bedürfnisse unterdrücken. Und das führt dann dazu, dass sie alle möglichen Ersatzbedürfnisse herausbilden, die man gut nutzen kann, um ihnen was zu verkaufen, um sie für irgendwas zu überreden. Und diese Menschen bleiben aber dann ein Leben lang Bedürfnisse weil sie ihre tatsächlichen Grundbedürfnisse ja nicht stillen können. Und die erkennt man daran, die bedürftigen Menschen erkennt man daran, dass sie immer von anderen was haben wollen. Und dann gibt es einzelne Menschen, denen es gelingt, aus dieser Bedürftigkeit herauszufinden. Ich nenne das immer, das passiert dann, wenn man wieder in Kontakt kommt mit diesen Anteilen, die schon früher mal unten drunter im Hirn angelegt gewesen sind. Und es passiert dann, wenn man wieder anfängt und es einem gelingt, liebevoll mit sich selbst umzugehen. Und dann mag man sich selbst und man hat sich dann wieder mit sich selbst verbunden und man macht ja auch dann nichts mehr, was einem nicht gut tut. Also ist man auch wieder Gestalter seines eigenen Lebens. Damit sind die zwei Grundbedürfnisse gestillt und ich bin kein Bedürftiger mehr. Und dann erst bin ich einer, der nicht immer was von anderen haben muss, weil ich so bedürftig bin, sondern ich kann was verschenken. Und da fängt die neue Welt an. Und die Leute können sich richtig auseinanderhalten, wenn sie auf der Straße mit jemandem sprechen, können sie jedes Mal sagen, hat der was zu verschenken oder will der was kriegen? Und 90 Prozent wollen was haben. Aber vom Zeitraum her, wie lange wird das dauern, dass das so diesen Switch macht, dieses Umdenken? Das geht nur über Generationen und das würde nur dann möglich sein, wenn es jetzt einer Elterngeneration gelingt, Kinder großzuziehen, die nicht mehr diese Bedürftigkeit haben. Und deshalb, es könnte in einer Generation gehen, aber ich fürchte, das geht nicht in einer Generation. Im Augenblick fürchte ich ja sogar, dass wir das Problem überhaupt nicht richtig lösen können und dass wir das Feld denen überlassen, die ganz besonders bedürftig sind und deshalb ganz besonders viel Macht und Einfluss brauchen und die deshalb auch gerne bereit sind, in den Krieg zu ziehen. Nicht mit dem Gewehr, aber als Wortführer. Verschaffen Sie auf diese Weise Anerkennung. Bei allen, die Angst haben, mit ihren klaren Worten und ihrer klaren Ansage, was jetzt zu passieren hat und wenn das nicht passiert, dann geht die Welt unter, kann man alle Menschen dazu bringen, dass die dann sagen, okay, der wird da wohl recht haben, er wird es schon wissen. Vielen Dank. Margarete hat sich gemeldet. Bitte gerne Mikro einschalten und sprechen. Ja, Mikro müsste an sein, oder? Ja, okay. Erstmal ganz herzlichen Dank, Herr Güter. Wir sind, oder besser gesagt, ich bin ein Mühe jünger als Sie. Wir haben die gleiche Sozialisierung, nur bei mir lief es nicht ganz so glatt. Ich kann mich noch an mein Studium an der TU Dresden erinnern, in der Fachrichtung konstruktiver Wasserbau und meine Erlebnisse sind dahingehend, dass ich doch regelmäßig zum Rapport musste, weil ich nicht so ganz auf der Linie geschwommen bin. Ich habe dann einen anderen Weg gewählt. Wir sind also auch Anfang der 80er Jahre, allerdings mit drei Kindern, zwei Teddys, einer Puppe und einem Koffer, haben wir dann das Land verlassen, um in die Freiheit zu gehen. Und es war sicherlich die richtige Entscheidung. Nur was ich damals feststellen musste, dass Freiheit irgendwie in dem anderen Teil des Landes gleichgesetzt worden ist mit Disziplinlosigkeit. Natürlich nicht generell, aber doch verstärkt. Und es war die Überheblichkeit vorhanden, es war mehr Schein als Sein. Und ich musste natürlich auch feststellen, dass ich ein super Studium hingelegt hatte. Das mich im anderen Teil Deutschlands sehr viel weiterbrachte als Frau. Aber das ist nicht das Thema. Das Thema, was ich heute habe, ist einfach, ich möchte das gerne als Appell verstanden wissen. Ich habe noch Städte erlebt, in denen es noch Ruinen gab. Und da war in Dresden zum Beispiel nicht nur die Frauenkirche zu benennen, sondern es gab Straßenzüge, da gab es noch Ruinen, also Häuserruinen, wo niemand wohnte, was man noch aufbauen musste. Als gebürtiger DDRler war es bei mir so, mit dem anderen Schlag in den Westen hinein, dass ich natürlich große Ressentiments gegen die Sowjetunion und dergleichen hatte. Und ich mir sehr genau überlegt habe, als ich dann in den 2000er Jahren in das damalige Russland gegangen bin, zum Arbeiten. und ich habe mir aber auch, ob das in China war oder sonst irgendwo in den Ländern, habe ich mir immer ausgedrungen, dass ich immer mit der Bevölkerung, also dort wohnte, wo alle anderen auch wohnten. Das hatte im Prinzip viele Nachteile, aber auch viele Vorteile, indem ich gelernt habe, wie Menschen ticken. Und deshalb, wie gesagt, mein Appell, alles, was wir hier so hören, was wir jetzt mitbekommen in der jetzigen Zeit, ist für mich sehr, sehr, ja, mir fehlen eigentlich die Worte dafür. Und ich appelliere doch an alle, dass wir einfach mal darüber nachdenken, was wir unseren Kindern zumuten wollen. Wenn ich stelle fest, bei meinen Kindern funktioniert es noch ganz gut, aber bei meinen Enkeln schon weniger. Weil sie nie kennengelernt haben, sie wissen nicht, was eine Ruine ist, sie wissen nicht, was Krieg ist und dergleichen. Und ob wir in die Zeiten gehen wollen und können, das wage ich zu bezweifeln. Und das wollte ich hier einfach nur anmerken. Ja, vielen Dank. Das ist gut, dass Sie den Punkt noch mal auf diese nachwachsende Generation setzen. Und da kann ja jeder, der sich ein bisschen umschaut, feststellen, dass das im Augenblick ganz, ganz übel aussieht. Wir reden viel über Klimakatastrophe, aber ich fürchte, wir ziehen eine ganze Generation von lebensuntüchtigen jungen Menschen groß. Und das macht mir wirklich Sorge. Die können ja nur noch mit diesen Geräten, am Ende können die nur noch mit diesen Geräten umgehen. Und wenn da irgendwo in einem Chat der Name gelöscht wird, ist das so, als ob sie sich tot fühlen. Man muss mal mit denen reden, damit man sieht, wie weit die schon weg sind. Und lebensuntüchtig. Und das müssen wir uns vorhalten. Das ist doch, das geht ja schon los, wenn ich höre, dass da 25 Prozent der Kinder in der vierten Klasse aus der Grundschule kommen und noch nicht richtig lesen können und schreiben. Oder rechnen. Wie können wir Erwachsene so was zulassen? Was sind denn das für Schulen? Also in diesem Sinne, ich gebe Ihnen ganz recht, aber die Situation ist, wenn man da noch tiefer reingeht in dieses Problem Kindheit und Bedingungen, denen wir diese Kinder aussetzen, dann wird es haarig. Dankeschön. Vielen Dank auch für den ehrlichen und offenen Lebensbericht. Das ist auch immer ganz spannend. Dazu ist auch hier Raum und Platz in der Akademie. Man darf das ruhig. Und vielen Dank für die Offenheit an der Stelle. Ich habe noch eine Wortmeldung von Thomas. Und dann würde ich auch schon sagen, wenn keine weiteren Wortmeldungen sind, wir haben jetzt noch acht Minuten bis acht. Thomas, bitte Mikro einschalten und sprechen. Jawohl, vielen Dank für die Wortmeldung. Ich hoffe, ich bin zu hören. Sehr gut. Ja, erst einmal meine Vorrednerin, die Margareta, die hat ja schon zum Teil das angesprochen, was ich auch sagen wollte. Und zwar, ich bin Baujahr 1970 und meine Eltern sind dementsprechend lange davor geboren. und kommen beide aus dem Raum Ostpreußen, Allenstein, Olstein. Das ist ja heutiges Polen. Damals war das Deutschland gewesen und haben die Vertreibungswelle mitgemacht. Und mir wurde damals als Kind zwar nicht viel erzählt, aber ich habe dann trotzdem, als ich etwas älter geworden bin, rausgekitzelt, was es dem damals alles zugestoßen. Das heißt also, ich gehöre noch zu der Generation, denen zumindest erzählt worden ist, was wirklich Krieg bedeutet. Ja, ich möchte ja nicht groß ins Detail gehen, aber genau das vermisse ich heute in der ganz großen Diskussion. Denn heute kommt mir das wirklich alles so vor, als wenn das ein virtueller Schaukampf ist, den man irgendwie am Kühler macht. Aber der wirkliche Krieg bedeutet, dass ich die alte Oma in die Brennnessel schmeißen muss, dass er nicht vergewaltigt wird. Der wirkliche Krieg bedeutet, dass er kleinen Mädchen nicht vergewaltigt wird. Und so. Da braucht man gar nicht alles groß auszuhören. Sie verstehen das. Und das möchte ich dazu am Schluss dazu sagen, das wäre vor 20 Jahren, wäre das noch nicht möglich gewesen, das so anzuzetteln, wie das heute ist. Denn damals, vor 20 Jahren, haben noch einige von der alten Generation gelebt. Die leben heute nicht mehr. Heute ist das Wissen verloren gegangen. Leider ist auch nicht in den Schulen weitergebracht worden. Und nur deswegen ist das möglich, dass heute die Kriegstrommel wieder so gebührt wird. Vielen Dank für das Wort, für die Wortmeldung. Danke, Thomas. Noch eine Wortmeldung. Irmgard, bitte schön. Danke. Sehr gern. Ich bin eine Nachkriegsgeneration 1950, habe aber weder Erzählungen noch sonstige Vorbilder als Abschreckung vor dem Krieg erlebt. Wie erklären Sie sich, dass es Menschen gibt, die ohne diese Erzählungen und ohne diese Vorbilder trotzdem zu denselben Schlüssen kommen wie Sie? Es gibt ja zwei Möglichkeiten, was zu lernen. Das eine ist aus dem Leid und das andere aus der Art und Weise, wie einem das gelingt im Leben. Das ist die schönere Art und Weise. Also zum Beispiel haben wir ja alle gelernt, wie man auf zwei Beinen geht, indem wir es immer wieder ausprobiert haben. und das war eines der schönsten Glücksgefühle, dass wir das endlich irgendwann hingekriegt haben. Und so kann man, wenn man so ein Glück hat wie Sie, unter Bedingungen groß werden, wo Menschen diese Art von Friedfertigkeit mitbringen und wo man diese Erfahrung macht, dass man auch anders miteinander umgehen kann, als ständig im Konflikt und im Widerstand. Nein, nein, ich hatte eher das negative Beispiel. Und trotzdem komme ich zu den selben Schlützen wie Sie. Ja, dann haben Sie sozusagen in Ihrer unmittelbaren Umgebung den Krieg als familiäres Ereignis erlebt, als Dauerereignis. Also diese Art von Streiterei und Theater, was ich da vorhin auch genannt habe, wo wir sagen, diese Schlammschlachten finden überall statt. Und die haben Sie dann erlebt. Und da ist meistens ein junges Mädchen, das das miterleben muss, so angewidert davon, dass es sagt, ich möchte da nicht dazugehören. Okay, danke. Und dann sucht man sich seinen eigenen Weg. Und das ist dann auch sehr aufrecht und sehr ehrlich. Weil dann ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass Sie da auch niemanden gebraucht haben, der Ihnen das zeigt, sondern Sie haben es selbst herausgefunden. War ein steiniger Weg. Glaube ich Ihnen. Und es ist uns aber allen auch ein bisschen nochmal eine Mahnung daran, dass es in jedem Menschen irgendetwas gibt. Ich nenne das immer manchmal der innere Ruf oder die innere Wahrheit. Irgendetwas, was ihn zurückruft, wenn er etwas beobachtet oder etwas tun soll, was gegen diesen inneren Ruf verstößt. Und das ist natürlich in einer Welt, in der sehr viele Menschen diese innere Stimme unterdrücken, damit sie das machen können, wo sie meinen, wo es drauf ankommt, damit sie erfolgreich sind und ihre Ziele erreichen. Dann müssen sehr viele Menschen diese innere Stimme unterdrücken. Und ich bin mal jetzt ganz frech und sage, das ist eine Art von Selbstverletzung, aus der man sich nicht wieder erholt. Wenn meine innere Stimme mir sagt, du bitte bleib stehen, das ist hier nicht gut, wenn die alle losrennen und ich gehe dann, laufe mit, dann kann ich das nur, indem ich meine innere Stimme unterdrücke und nicht mehr auf sie höre. Und das ist dann so, als ob ich mir einen Arm abschneide. Und solche Leute, glaube ich, sind diejenigen, die dann am Ende auch die Frage nicht beantworten können, ob sie sich selber mögen. Das mache ich manchmal, frage, mögen sie sich eigentlich selbst? Und was ich dann häufig höre ist, ja, ja, natürlich. Und dann frage ich, warum? Und dann kriege ich Erfolge vorerzählt, was sie alles geschafft haben. Haus und Frau und Kinder und keine Ahnung. Und dann merke ich, die wissen gar nicht, die reden, was die mögen, sind ihre Erfolge. Aber sich selbst kennen die gar nicht. Sich selbst haben sie so tief vergraben, dass sie gar nicht mehr rankommen. Und das ist sehr traurig, weil ich glaube, dass nur Menschen, die sich selber mögen, auch friedfertige Menschen sind. Jemand, der sich selber nicht leiten kann, kommt auch mit anderen nicht zurecht. Jemand, der selber verwickelt ist, verwickelt auch immer nur die anderen. Jemand, der den Frieden nicht selber in seinem Herzen trägt, kann immer draußen auch nur Krieg machen. Das ist im Grunde genommen so banal einfach. Deshalb danke. Das ist auch jetzt noch mal sehr schön, dass Sie das ganz zum Schluss als Frage aufgeworfen haben und wir uns dann vielleicht alle noch mal daran erinnern können, dass wir ein bisschen genauer auf das achten, was unsere innere Stimme uns manchmal zu sagen versucht. Und wir unterdrücken es, weil wir glauben, es passt jetzt nicht. Ja, ich glaube, das war jetzt auch das richtige Schlusswort. Genau, richtig zurzeit. Und ich möchte mich noch mal ganz herzlich bei allen bedanken, die heute dabei waren und auch ganz offen auch aus ihrem Leben erzählt haben hier in der Runde und natürlich allen voran den lieben Gerald Hüther. Lieber Gerald, danke, dass du wieder bei uns warst und es war wieder eine große Freude und Bereicherung. Ja, bleiben wir froh. Sehr gerne. Ich wünsche euch allen, dass das mit der Akademie der Denker so weitergeht und dass ja in Zukunft vielleicht auch noch mehr Zulauf bekommt vor allen Dingen. Aber das Problem sehe ich auch. Junge Menschen kriegt man ganz schwer dahin. Ja. Aber es ist einfach auch schon gut, wenn man es überhaupt diesen Raum schafft und ihn zur Verfügung stellt und dann wird man schon sehen, was daraus wird. Ja, danke schön. Für die Einladung und ich bin gerne wieder da, wenn ich gebraucht werde. Das ist schön, da freuen wir uns. Gerald, alles Gute. Danke sehr. Ciao. 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 Ciao.